moin leute hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten teil unserer ice hockey karriere heute gegen den ec bad nauheim ja gegen die roten teufel ja dass die letzten spiele oder das letzte spiel was ich leider nicht hochladen konnte weil es beschädigt war war extrem spannend wir mussten gegen billigheim ins penalti schießen und ja es war absolut spannend ich finde es schade dass ich euch das nicht zeigen konnte oder zeigen kann wie schön spannend das spiel war ich könnte euch so sagen es ging ja zu drei aus für uns ich dachte es war vier zu drei ich hoffe ich lüge jetzt nicht ja vier zu drei und ja tut mir leid ist mein mikrofon arm macht gerade gerade wieder nicht das was es machen soll ja ja wie gerade schon gesehen das 1 zu 0 für bad nauheim ist hier gefallen wir hoffen wir kommen jetzt zurück weil wir brauchen unbedingt punkte dass wir oben mithalten können die zwei punkte gegen billigheim haben wir uns leider verspielt wir hätten eigentlich auch in regulärer zeit gewinnen müssen aber wir kommen oder wir versuchen heute alles wir geben heute alles wir kämpfen um jeden puck versuchen nicht so sinnlose strafen zu kriegen und da fällt gleich das 2 zu 0 für nauheim für die roten teufel schade nauheim geht hier mit zwei tore führung schon mal gut am start nicht einmal sieben minuten gespielt und die eispiraten grimaceau liegen schon 2 zu 0 hinten ja ui ich wollte gerade sagen bitte nicht noch das nächste justin büssing sieht dort saponari oh und büssing glaube ich hatte den den puck gestoppt zum reinrollen und jetzt erst mal die nächste chance für nauheim ein nauheim macht hier extrem viel druck grimaceau versucht hinterher zu kommen büssing schade justin büssing oder hat hinten noch schön eingecheckt jetzt verlieren die eispiraten grimaceau den puck aber love is love sigmund erobert ne wieder und geht jetzt mit ferbeek und scott faser vor jetzt sind die anderen da predow auch wieder mit dabei und syren sturm zieht drauf ferbeek auch wieder gesund das war ja auch in den letzten video äh ferbeek war leider verletzt er konnte in den spiel nicht mitspielen äh ja es war auch nicht so das tolle aber grimaceau gewinnt den puck wieder zieht dort predow zieht drauf schade keble auch schön am stören und syren sturm aber der puck springt in die fanghand prallt am tor wieder ab und fliegt in die fanghand hier nochmal der schöne jack von kepler ja ich bin jetzt auch zurzeit am überlegen ob ich einfach zwei videos in der woche hochlade das heißt mittwoch und freitag ihr könnt auch gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet oder ob ihr am anderen tag besser findet oder vielleicht die uhrzeit weil ich weiß ja nicht jo ach schade ob ihr mit der uhrzeit einverstanden seid muss ich mal gucken und da gehen die roten teufel mit zwei zu null führung ins zweite drittel die eispiraten müssen jetzt mal hier richtigen druck machen äh nicht dass das spiel noch so ausgeht oder wieder sind nur so punkte verschenkt weil die tabelle ist wirklich ui gut geblockt von lindberg ist nicht gerade weit auseinander man kann auch schnell runterrutschen uiuiui lindberg hat es versucht aber jetzt colin smith geht außen rum zieht dort lindberg kreuzer bellissen kreuzer bellissen erobert den puck wieder zieht dort kaninen kaninen tobias lindberg kreuzer wieder oh und wo ist schade kreuzer schön die gegner weggecheckt aber nebenbei auch noch tobias lindberg schade bellissen läuft jetzt vor mit tobias lindberg und kaninen und kaninen schießt das 1 zu 2 den anschlussstreffer schöne vorlage von max max bellissen max max uiuiui endlich sind wir dran nicht immer neun minuten den drittel gespielt sind die eispiraten kreuzer schon dran und jetzt ole olev schade büßing zieht dort wieder kaninen und jetzt gibt es zwei minuten wegen stockschlags an den ec bad nauheim das bulli geht verloren aber kreuzer wollte gerade sagen erobert sich den puck aber in unterzahl kommen die gegner bisschen ran ans tor aber jetzt wieder die eispiraten kommen sie jetzt in ihre aufstellung nein skaltzo verliert den puck und nauheim und kreuzer geht dort auf die strafe wegen beinstellens die eispiraten kreuzer kriegen eine zwei minuten strafe wegen beinstellens jetzt heißt es vier gegen vier olu olev mit büssing kaninen und skaltzo büssing erobert sich den puck schon wieder sieht er bredo philip bredo nein verliert den puck und nauheim wieder komplett kreuzer kreuzer zu klären kriegt es nicht hin reichel jetzt auf dem feld und da fällt das 3 zu 1 für den ec bad nauheim uiuiui wieder nichts gutes schade schade eispiraten jetzt wieder komplett noch sieben minuten zu spielen in dem zweiten drittel scott faser die dort wollte gerade sagen sigmund aber schießt nicht auf sigmund schießt auf fair weg fair weg jetzt auch am bully sören sturm und wieder bully vor den keeper von nauheim das wird ein spannendes spiel würde ich sagen extrem spannend fair beg verliert jetzt ist das bully sturm jetzt zwei auf eins aber eispiraten gut scott faser jetzt wird weg gecheckt fair big setzt auch nochmal nach checkt auch sigmund geht auch nochmal nach und jetzt kommt das 4 zu 1 genau 1 4 zu 1 im zweiten drittel das wird jetzt schwer für die eispiraten grimaceau noch 2 minuten 40 im zweiten drittel und jetzt heißt einfach nur noch gas geben da sie hier noch irgendwas machen können die eispiraten und versuchen Nauheim keine Chance mehr zu geben und da kommt die nächste Chance für Nauheim Tobias Lindberg probiert jetzt nochmal paar Sekunden nur noch die dort Tor Tor durch Tobias Lindberg zwei Sekunden vor drittel Ende gibt's da den Video Beweis wie ist das denn passiert nein gibt's nicht ok zwei Sekunden vor drittel Ende Spannendes Spiel hier Nauheim gegen Krimmetschau wird das jetzt Tobias Lindberg legt Sinn Krimmetschau muss jetzt aufpassen dass Nauheim nicht noch ein Tor schießt Smith schickt Walsh Walsh rennt sie dort Bellison aber leider nicht und da gibt's die zwei Minuten glaube ich Strafe für die Eis Piraten Krimmetschau an Dominic Walsh wegen Beinstellens schade das hätten sie jetzt eigentlich ausnutzen müssen auch nicht mehr viel Zeit nach zwei Tore zu schießen jetzt erst mal zwei Minuten in Unterzahl Eis Piraten klären aber Ole jetzt wieder im Vorwärtsgang alleine sie dort Keble wieder Ole zu Bredo geht ums Tor herum schießt drauf wird nichts Ole checkt den Gegner aber verliert den Puck nicht und Bredo gewinnt zum Glück den Puck wieder aber und Bredo wieder dran noch 50 Sekunden Grimmel Show und Unterzahl aber man weiß ja bei Meishockey ist alles möglich da kann es auch noch in den letzten paar Sekunden klingeln Reichel verliert den Puck wieder auch ausgebaut und jetzt Grimmel hat gewechselt 2 auf 2 Grimmel checkt Lindberg Tobias Lindberg jetzt gerade erst aufs Eis gekommen sieht dort Kaninen Kreuzer checkt schön und die Eispiaten Grimmel Show jetzt wieder komplett geht mit Bellissen Bellissen zu Wurst aber Wurst wird hingehauen Büssing sie dort Bellissen aber leider wieder nichts Bellissen checkt schön haben verliert dort den Puck Kaninen verliert dort den Puck aber schöner Konter der Puck sollte glaube ich zu Willi Saponari gehen kommt aber nicht an und das heißt jetzt Nowheim wieder im Versuch Kaninen wieder Henry Kaninen Kreuzer Saponari Bellissen und da fällt das Tor das 5 zu 2 ich glaube die Eispiraten Grimmel Show können hier nicht nicht mehr aufholen nur noch 7 Minuten zu spielen und 3 Tore Rückstand fair back schade verlieren die Eispiraten Grimmel Show jetzt im Spiel lassen die Eispiraten Grimmel jetzt den Puck liegen oder die Punkte liegen besser gesagt nicht den Puck die Punkte so wie es aussieht ja nur noch 4 Minuten zu spielen im letzten Drittel nur noch 3 und das heißt die Eispiraten Grimmel Schau verlieren hier das Spiel gegen den EC Bad Nauheim Grimmel Schau holt jetzt trotzdem nochmal den Goalie raus sieht dort niemand wischen Sabonari zu Bötscher aber leider der Goalie hält safe hier sehen wir nochmal schön den Goalie oder den Goalie Colin Smith sieht man da und die Eispiraten Grimmel verlieren den Puck und das heißt Nauheim könnte jetzt das sechste Tor schießen machen sie es nein sie lassen es Grimmel geht nochmal auf Konter mit Smith Walsh und treffen ist Tor wieder nicht und das heißt Nauheim könnte jetzt nochmal probieren Walsh die dort Skalzo Skalzo zieht auch nochmal drauf und Sturm auch aber die Eis Piraten Grimmel verlieren gegen den EC Bad Nauheim mit 5 zu 2 hui gucken wir uns mal dort die Tabelle an Grimmel jetzt auf dem achten Platz nächstes Spiel wieder ein Derby gegen die selber Wölfe die bis jetzt sechs Spiele gewonnen haben drei verloren haben und eine Niederlage in Overtime und ja das sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder wenn es heißt die Eis Piraten Grimmel treffen auf die selber Wölfe und ja bis dahin haut da rein bleibt gesund und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt drückt jetzt unten auf abonnieren aktiviert die Glocke um immer benachrichtigt zu werden wenn ein Video hochgeladen ist oder oben ist und da sage ich haut rein bis zum nächsten mal tschülüüü und tschau tschau